hallo heute das thema warum bedeutet sterben nicht tot sein und warum bedeutet tot sein nicht weg sein das ist ja immer so oder in vielen situationen unser grundproblem dass wir das gefühl haben wenn jemand verstirbt der ist jetzt weg warum ist es denn nicht so und wie ist es denn stattdessen ich würde euch gerne zeigen anhand von meinen mal kennen der ein oder andere hat die vielleicht schon gesehen der materielle körper und die seele um uns herum haben wir an einer anderen stelle schon mal besprochen ich erkläre es euch noch mal ganz kurz also es gibt einen materiellen kern das ist unser körper und dieser materielle kern ist verbunden mit unserer seele über die silberschnur wenn wir jetzt in den sterbeprozess gehen bzw der sterbeprozess vollendet ist und unser körper gestorben ist dann sieht es folgendermaßen aus der körper liegt wo auch immer und die seele hat sich entkörpert das sieht dann so aus es gibt auch keine verbindung mehr diese verbindung ist gekappt wie bei einem baby das geboren wird und diese nabelschnur ist durchschnitten so jetzt haben wir hier unsere seele und die geht zurück in die geistige welt das heißt sie muss eine ich sage jetzt einfach mal eine schwelle übertreten so versuche ich es einfach mal bildlich darzustellen das sieht dann folgendermaßen aus so das ziel von unserer seele ist darüber zu kommen und es gibt so ein paar aufgaben die wir auf diesem weg einfach erledigen müssen unter anderem eben diese lebensrückschau ihr kennt die lebensrückschau vielleicht aus einigen beiträgen oder infos die ihr habt zum thema nahtod phänomene out of body geschichten astralreisen ich sehe diesen tunnel mein leben läuft wie ein film an uns von mir vorbei das ist letzten endes die lebensrückschau und darum geht es diesen weg müssen wir gehen auf diesem weg von dem hier aus der materiellen welt in die geistige welt was ist denn überhaupt die lebensrückschau warum brauchen wir die und warum gibt es die überhaupt die lebensrückschau ist ein wichtiger prozess in auf unserem weg der weiterentwicklung unserer seele das heißt wir halten rückschau auf unser leben und erkennen was haben wir erreicht in diesem leben haben wir uns die ziele die wir uns gesetzt haben bevor wir inkarniert sind und diesen weg gegangen sind haben wir die erreicht haben wir unser volles potenzial dass wir mitgebracht haben in dieses leben haben wir das genutzt oder haben wir ein leben geführt mit chronisch angezogener handbremse zum beispiel oder sind wir permanent gerast und sind über unsere kräfte ständig gelaufen haben wir menschen verletzt das tun wir alle ja wen haben wir verletzt auf welche art und weise wie hat derjenige sich gefühlt was haben andere menschen mit uns gemacht durch ihr wirken was haben sie in uns und mit uns bewegt was haben wir mit unserem wirken in den menschen und mit den menschen bewirkt all das sind dinge die in der lebensrückschau thema sind und die wir eben nicht nur uns anschauen sondern wir fühlen sie es geht immer darum die dinge zu fühlen und zu spüren jetzt könnt ihr euch vorstellen dass wir glaube ich alle wenn wir uns auf den weg machen nach hause in die entkörperung dinge mitnehmen die einfach noch nicht sortiert sind die einfach noch nicht wieder in den einklang gebracht worden sind und ich glaube es geht nicht darum angst zu haben du liebe zeit wie ist denn das wenn ich in der lebensrückschau jetzt sehe da habe ich dem weh getan und dem weh getan und das ist eben nicht in ordnung und das ist noch nicht in diese gesunde uhr situation wieder zurückgebracht worden aus welchen gründen auch immer das haben wir alle und das werden wir auch alle mit darüber nehmen und trotzdem geht es darum diese dinge wieder in den ausgleich zu bringen das heißt es kann sein dass wenn ich entkörpert bin ich einfach erkenne ich habe hier noch irgendwie eine riesen baustelle hinterlassen mit einem menschen der in seinem trauerprozess vielleicht nicht zur ruhe kommt und ich spüre aber auch in meinem energiefeld ich komme selbst auch nicht zur ruhe ruhe ich muss hier einfach auch noch dinge klären hier funktioniert die kommunikation letzten endes ja ich nenne es jetzt einfach mal ganz einfach denn der unterschied zwischen uns hier in der materiellen welt und auf seelenebene ist einfach nur dass der verstorbene keinen materiellen körper mehr hat keinen materiellen kern mehr hat aber das energiefeld mit unserem in kontakt gehen kann das heißt mediales arbeiten und der kontakt mit verstorbenen funktioniert eben genauso wenn ihr euch jetzt vorstellt ihr seid in der geistigen welt und erkennt hui ich habe hier noch ein thema das ist noch nicht sortiert das ist noch nicht gesund mit meinem freund xy dann versuche ich natürlich den kontakt zu demjenigen zu suchen und den kontakt mich bemerkbar zu machen das ist ein bisschen schwierig weil ich natürlich diesen mund den ich hier auf dieser erde habe den habe ich dann nicht mehr das heißt ich muss andere wege gehen und andere wege suchen um diese dinge wieder in den ausgleich zu kriegen und in den ausgleich in eine gesunde urstruktur und situation zu bringen das heißt ich brauche jemanden der medial ja der medial einfach seine antennen ausgeführt hat um eben diese kommunikation vielleicht so ein bisschen als verbindung zwischen hier und da als als mediator nenne ich es immer ich finde medium ist so weiß ich nicht ich mag das wort einfach nicht so gerne auch wenn es im kern letzten endes stimmt aber es ist es ist ein mediator das ist jemand der eine verbindung einfach schafft ja warum ist es mir wichtig zu kommunizieren dass es eben nicht reicht einfach mal tot zu sein um mich aus der verantwortung zu ziehen ganz einfach wenn ich entkörpert bin und auf der seelenebene vielleicht wahrnehmen oder auf der seelenebene wahrnehmen was habe ich für ein trümmerfeld nenne ich es jetzt einfach mal vielleicht hinterlassen weil viele dinge nicht geklärt sind weil viele dinge nicht ausgesprochen sind weil ich vielleicht für mich hier hat dinge nicht ausgesprochen habe weil mir gar nicht klar war wie viele wie geliebt ich hier bin in diesem leben weil ich mich zeit meines lebens vielleicht ungeliebt gefühlt habe nicht gesehen nicht wahrgenommen dann kann es durchaus sein dass es hier für mich auf der seelenebene in der entkörperung ich nenne es jetzt mal ein böses und ein krasses erwachen gibt weil ich einfach sehe jetzt habe ich gedacht ich bin weg aus diesem leben und damit bin ich alles los und ich erkenne aber das ist es überhaupt nicht ja sondern ich nehme immer war was habe ich hinterlassen wie geht es meinen angehörigen wie fühlen die sich was führen die jetzt ein welches leben fühlen führen sie weil vielleicht überhaupt gar nicht klar ist für meine angehörigen warum bin ich denn überhaupt gegangen weil zweifel da sind weil unausgesprochene dinge da sind manchmal geht es auch darum so ganz profan mit dinge wie versicherungsgeschichten einfach nicht geregelt zu haben und 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 das heißt ich bin hier auf der geistigen ebene und nehme all diese dinge war und es ist natürlich schwierig für mich in aktion zu treten und in kontakt zu treten mit denen die hier bleiben und ich spüre aber die not also ist es letzten endes immer noch meine verantwortung die ich übernehmen sollte also es hört nicht auf weil tot sein bedeutet eben nicht und das ist was was mir unglaublich wichtig tot sein bedeutet nicht ich bin nicht mehr in der verantwortung mir selbst gegenüber und meinem umfeld gegenüber sondern es ist oft dann das beschreiben natürlich dieser seelen sich bemerkbar zu machen und zu schauen was gibt es denn für situationen für möglichkeiten über die geistige ebene vielleicht hier noch hilfestellungen zu schaffen und wir im hier und jetzt nehmen das dann oft war als irgendwelche komischen situationen menschen die urplötzlich auftauchen um ein problem mit uns vielleicht gemeinsam zu erarbeiten und aus der welt zu schaffen ohne dass mit denjenigen vielleicht gerufen haben sondern das sind dann so diese wunder von menschen die einfach so auftauchen wenn ich dann also in der geistigen welt bin und es mein bestreben natürlich ist dass es meinen angehörigen hier gut geht dann werde ich alles mögliche versuchen oder unter umständen alles mögliche versuchen mich da eben mit einzubringen damit es wieder in einen einen gesunden fluss gehen kann das bedeutet in der konsequenz das relativ schnell klar ist nur weil ich entkörpert bin bin ich eben nicht weg und nur weil ich entkörpert bin habe ich nicht meine verantwortung abgegeben sondern es geht weiter weil es ja darum geht dass unsere seele sich weiter entwickelt deshalb sind wir hier das hat was mit bewusstseinsarbeit zu tun zu verstehen dass natürlich wenn ich hier anfange zu stagnieren dann stagniert es hier eben oft auch wenn ihr euch vorstellt ich bleibe jetzt mal oder ich nehme jetzt einfach mal ein beispiel es hat sich vielleicht ein das kind suizidiert umgebracht aus welchen gründen auch immer und dann stellt sich natürlich ganz ganz oft die schuldfrage das ist natürlich was womit wir immer so wir uns dann rumschlagen wer hat denn schuld habe ich vielleicht als eltern schuld weil ich keinen guten job gemacht habe weil ich nicht achtsam war weil ich was auch immer wir sind da ja unglaublich erfinderisch in unseren gründen warum wir auch schuld sein könnten wenn sich diese frage stellt dann sind wir in der stagnation wenn die seele auf der anderen seite dies fühlt diesen schmerz fühlt dann macht es natürlich mit ihr hier auch was das heißt wenn ich in diesem gefühl der schuld bin dann wird es schwierig die dinge wieder in den fluss auszubekommen das ist hier drüben auch nicht gut auszuhalten dessen könnt ihr euch gewiss sein das heißt grundsätzlich geht es sowieso niemals im ganzen leben um schuld das mal völlig unabhängig von dieser situation von die ich gerade als beispiel genannt habe sondern es geht für mich immer darum zu erkennen okay was ist denn mein part der verantwortung dass eine situation eingetreten ist wie sie eingetreten ist und verantwortung hat jeder nicht nur ich und ich habe auch nicht verantwortung für die ganze welt sondern ich habe verantwortung für mich mein tun mein denken mein handeln und das potenziert sich natürlich und überträgt sich auch auf mein gegenüber das vielleicht damit in resonanz geht oder eben auch nicht ja und ich übernehme die verantwortung der entscheidungen die ich getroffen habe in meinem leben ich übernehme aber auch die verantwortung für die entscheidungen in meinem leben die ich nicht getroffen habe das heißt es ist meine verantwortung treffe ich eine entscheidung oder treffe ich sie nicht das bedeutet natürlich auch ich muss aus meiner eigenen komfortzone raus ich muss mich bewegen ja um verantwortung zu übernehmen und schuld hat nichts mit verantwortung zu tun sondern das gefühl von schuld ist was das lähmt uns das hemmt uns weiter zu gehen weiter den weg in unserem leben zu gehen und wenn ich dann auf der anderen seite stehe und das eben fühle was ich dahinter lasse dann wird es eben schwierig und dann braucht es manchmal auch wirklich die kommunikation die also eine 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 übersetzerin aus dem außen die im prinzip wenn es dann so ist die brücke schlägt zwischen diesen beiden damit das was einfach unausgesprochen ist und oft geht es wirklich um die schuldfrage um das zu sortieren damit die eltern hier auf dieser seite weitergehen können auf ihrem trauerweg und die seele eben auch weitergehen kann in ihrem prozess der weiterentwicklung und der bewusstseinsentwicklung also das heißt es ist einfach wichtig sich klar zu positionieren immer wieder klar zu sagen wie geht es mir was fühle ich was brauche ich und es dann eben auch umzusetzen weil das hat was mit eigenverantwortung zu tun und wenn diese ganzen dinge sortiert sind das geht nicht von heute auf morgen in der geistigen welt gibt es raum und zeit gibt es nicht das ist was das können wir uns hier in unserer materiellen welt über die ratio überhaupt gar nicht vorstellen aber raum und zeit gibt es hier nicht das heißt das ist relativ manchmal ist es so dass es seelen gibt die wieder zu hause sind die in einem zeitgefühl für uns relativ schnell sortiert sind und wir das gefühl haben ja das ist sehr klar und dann gibt es aber auch verstorbene die sind nach unserer zeitrechnung schon sehr sehr lange verstorben und wir haben das gefühl da ist noch gar nicht viel in bewegung gekommen ja ich glaube es ist wichtig ist nicht zu bewerten sondern nochmal zu verstehen hier gibt es raum und zeit nicht das gibt es nur bei uns hier und deshalb treffen hier einfach auch zwei welten aufeinander und dann wenn alles sortiert ist und alles im ausgleich ist manchmal braucht es auch bevor ich das vergesse wir haben hier den freien willen das heißt wenn es von der anderen seite klopft weil hier jemand erkannt hat es gibt noch was zu sortieren ich bin aber vielleicht zornig auf denjenigen und ich sage nee ich stehe jetzt mal überhaupt nicht zur verfügung dann wird es schwierig weil dann ist es oft so dass es dass derjenige hier warten muss bis ich rüberkomme ja es macht vielleicht erst mal das gefühl von das ist ja blöd aber nochmal hier wichtig es gibt keinen raum und zeit in der geistigen welt das ist unsere zeitrechnung das ist eine ganz ganz andere geschichte aber es ist die entscheidung meines freien willens will ich mit dem kommunizieren und sortieren oder eben auch nicht wenn ich es nicht möchte aus welchen gründen auch immer naja dann muss der halt einfach warten und dann geht es wenn das alles sortiert ist in die nächste runde und es beginnt wieder von neuem das ist eine seele die sucht sich einen körper oder mama und papa machen diesen körper dann gibt es diese verbindung dann sieht es erstmal so aus wenn diese verbindung stabil ist dann sieht sie wieder so aus und der kreislauf beginnt von neuem so einfach ist es nicht mehr und nicht weniger danke euch fürs zuhören und fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss